Wir sind in den verlorenen Wäldern von Zelda A Link Between Worlds und wollen das Master Schwert erreichen, aber diese Irrlichter hier, die machen es uns nicht gerade einfach. Jetzt muss ich den im Auge behalten, dem ich folgen darf. Und danach kommen dann Viecher, denen ich nicht folgen darf. Ein tolles Spielchen, wirklich. Also der Anfang ist ja leicht. Aua. Und dann... Mal sehen. ...jetzt die zwei im Auge behalten, denen ich nicht folgen darf. Vorhin habe ich es nämlich falsch gemacht. Ich habe eher auf einen geguckt, dem ich folgen darf. Aber nicht bedacht, dass ja mehrere Geister sich ein Schlupfloch aussuchen dürfen. Und wenn einer schon dabei ist, dem ich nicht folgen darf, ist er schon verloren. Also ich darf nicht nach links und nicht nach oben, wenn ich jetzt richtig geguckt habe. Äh... War richtig, oder? Nicht? Doch. Na nu! Das hast du aber gut hinbekommen. Vielleicht haben wir es dir zu leicht gemacht. Hehe. Uns dreien darfst du nicht folgen. Übertreibt halt. Ja gut, aber es sind nur fünf. Also wenn ich hier fälle, dann bin ich aber auch blöd, oder? Es sind immer noch die drei ganz links. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich darf nur nach unten. Eigentlich. Beendet das Spiel mal. Jetzt kommt bestimmt vier, oder? Ne, jetzt ist es vorbei. Gut. Wir haben es geschafft. Übrigens, wir haben alle Mai-Mais beim Todesberg gefunden. Aber hier in den verlorenen Wäldern zum Beispiel fehlen uns noch zwei. Hier gibt es allerdings keins. Aber das Master-Schwert ist da und das holen wir uns jetzt. Du hast das Master-Schwert erhalten. Bei vollem Herzen sendest Strahlen-Attacken aus. Oh, das gibt es auch noch. Geil. Das Schwert, das du in den Händen hältst. Es ist das Master-Schwert. Durch die Kraft dieses Schwertes kannst du die Barriere um Schloss Hyrule aufheben. Uns läuft die Zeit davon. Dummy, eile zu Schloss Hyrule. Yeah. So sieht das dann aus. Wir haben einen geilen Gläser. Ja, mit dem wir voll abgehen können. Ich glaube, die verlorenen Wälder sind jetzt auch frei begehbar. Oder? Ach, soll mich nicht jucken. Weiß ja kein Mensch, ob da was ist. Bevor ich jetzt aber ins Schloss gehe, werde ich mir noch ein Herzteil holen. Und zwar das, was ich schon mal holen wollte. Als ich gesagt habe, ja, im ersten Part war ein Herzteil zu sehen. Äh, das habt ihr entdeckt. Ich nicht. Ähm, ich weiß jetzt, wo das ungefähr ist. Ich war schon ganz nah dran. Und zwar war das Herzteil hier. Auf dem Vorsprung liegt es. Und das wiederum heißt, wir müssen das Herzteil irgendwie von hier aus erreichen. Ja, da gibt es einen Hintereingang. Von unserer Ausbildung aus gibt es einen Hintereingang. Oder Hinterausgang, je nachdem. ETF. Für die schöne Schmiedenfrau. Ich fleißig auf den Amboss haue. Für den frechen kleinen G. Ach, wie sehr vermisse ich ihn. Wenn ihn nur schnell jemand finden würde. Genau, wo ist der eigentlich hin? Wir haben den ja immer noch nicht gefunden, ne? Nur so eine Tasche. Aber ich komme jetzt da nicht hinter. Reicht das vielleicht, wenn ich mich einfach zu einem Bild mache? Ja, okay. Das ist das Rätsel. Lösung, ziemlich leicht. Herzteil. Noch ein weiteres. Und wir haben ein neues Herz. Vielleicht finden wir noch eins. Weil ich habe nämlich noch eine Information von euch bekommen. Ihr habt mir gesagt, wo... Halb, Moment. Hier muss ein Mai-Mai sein. Irgendwo. Wo ist er denn? Ist er im Wasser? Anscheinend im Wasser. Oder an den Schlossmauern. Ach, da wartet der Hasraller schon. Kein Zweifel. Dies ist wahrhaft das Masterschwert. Nur mit diesem Schwert kannst du die Barriere durchbrechen. Verliere keine Zeit. Du musst diese unheilvolle Zauberei zerschmettern, Dobby. Ja, Moment. Ich muss noch ein Mai-Mai sammeln. Du wirst schon warten können. Jawohl, der ist da nicht. Ich finde ihn nicht. Okay, dann verschieben wir das. Dann gehe ich jetzt erstmal zu der Stelle, wo ihr gesagt habt, wo ich hin soll. Weil, äh, also ich war schon mal an einem bestimmten Ort. Habt aber nichts geahnt. Und genau an dieser Stelle muss man eine Bombe legen, um einen Geheimgang zu finden. Hab ich hier nicht auch gerade ein Mai-Mai gehört? Also, man hört so viele, aber man sieht sie nicht. Doch, da oben sitzt er. Stirb. Mit dem Masterschwert ziehen wir den Gegner jetzt natürlich auch mehr Leben ab. Also, ich kann jetzt sehr viele mit nur einem Schlag besiegen, was ja toll ist. Ah, wo ist denn jetzt die Stelle? Ich glaube, da links war es. Oder? Wo war das denn? Oder auch rechts? Auf jeden Fall muss ich da eine Bombe hinlegen bei dieser Stelle. Ist hier vielleicht das Haus von der Mai-Mai-Mutter? Nein, das war eine Feenquelle. Och, ich finde das immer nie. Aber hier auf jeden Fall beim Hylia-See irgendwo. Da ist ja auch ein Herzteil. Moment mal. Da ist ja auch was. Wie kommt man da rein? Von hinten eine Bombe legen oder so? Ich möchte es probieren. Nee. Okay. Das ist, äh, strange. Ah, da ist die Stelle. Okay, vielleicht hängt das ja unmittelbar zusammen. Weil ich habe noch nicht gesagt bekommen, was da ist. Ich weiß nur, dass da ein geheimer Höhleneingang ist. Aber ich vermute sehr stark, dass wir tatsächlich so das Herzteil bekommen. Sieht gut aus, ne? Was ist da? Ein Mai-Mai. Ein Mai-Mai. Die Nummer 23. Wir machen sehr große Fortschritte. Stirb. Doch, das muss es eigentlich sein. Von der Richtung her. Ja, klasse. Dann haben wir jetzt noch ein weiteres Herz. Und gehen schnurstracks zu Schloss Hyrule, um es vor dem Grauen zu bewahren. Allerdings frage ich mich, ist es nicht schon längst zu spät? Yoga hatte eigentlich alle Zeit der Welt. Ja, speichern ist eine gute Idee. Da hast du recht. Das machen wir schnell. Nein, ich brauche keine Pause. Ich bin ein Suchti. Und Suchtis brauchen keine Pause. Aus dem Weg zerhast. Boah, ist das epic. Barriere gebrochen. Gut gemacht, Domi. Erstaunlich, dass du eine derart starke Barriere einfach so durchbrechen konntest. Aber es ist noch nicht geschafft. Schnell, finde Prinzessin Zelda. Möchtest du das Spiel vielleicht zu verspeichern? Ja, habe ich doch gerade gemacht. Aber gut, geht ja schnell. Okay. Nun denn, brich jetzt auf und finde Prinzessin Zelda. Du kannst es schaffen, Domi. Wollen wir es hoffen mal an. Wo ist die Prinzessin? Ihr Lappen. Wo habt ihr sie versteckt? So groß ist das Schloss ja nicht. Aber es ist schon besetzt. Von den ganzen asozialen Gegnern. Wieso kann ich mich da nicht zu einem Bild machen? Das geht an den Wänden irgendwie nicht. Okay. Wir nehmen den Haupteingang, weil bei den Seiteneingängen ist anscheinend gar nichts. Jaja, ich weiß schon, wo wir hin müssen. Wenn wir nicht zu dem Raum müssen, wo sie wohnt, dann ganz nach oben. Wo letztens einer gesagt hat, oh, da darfst du nicht hoch. Ach, du Trottel, hau ab, ey. Jetzt habe ich wegen dem keinen Laser mehr. Aber den holen wir uns zurück. da ist sie bestimmt nicht mehr. Nein. Da wartet natürlich bloß ein sehr gefährlicher Gegner. also gut. Dann gehen wir jetzt raus und regeln das mit der Faust oder mit dem Masserschwert mir ist das doch ziemlich wurscht. Oh, der ist stark. Der braucht eine Sonderbehandlung. Die kann er haben. Feuer! Ah, Attacke! Was? Ist er auch abgewehrt? Sag mal, bist du bescheuert? Ah! Vollidiot! Aber jetzt sitzt du in der Falle. Allerdings habe ich schon eineinhalb Herzen verloren. Crap. Jetzt sind wir drin. Schloss Hyrule und hier geht es jetzt richtig ab, ne? Also, in der Link to the Past gab es hier noch einige Räume mit sehr starken Gegnern. Und das wird hier nicht anders sein. Oh, wie gesagt, schnell! Versteck dich, Link! Ich muss mir jetzt was einfallen lassen. Besiege ich den denn? Oder muss ich ihn gar nicht besiegen? Doch, muss ich. Okay, dann locke ich ihn jetzt mal hierher. Gehe auf die andere Seite und schieße dann mit meinen Pfeilen auf ihn. Nein! Okay, gut. Und Feuer! Danke! Was macht der denn? Wieso? Jetzt habe ich dich. Oh, der zieht viel ab. Boah, das ist sehr stark. Er hält auch viel aus. Mann! Jetzt kratzt doch ab, Mann! Er hat mich erwischt. Ach, du kleiner Spacko. Verdammt, ich muss mich unbedingt besser anstellen, sonst sterbe ich hier. gegen diese Loser-Gegner darf ich echt mir nix mehr erlauben. Ich sag dir nichts mehr erlauben! Wenn ich das ein oder andere Herz bekommen würde, wäre das auch cool. Ja, wenn man von allen Seiten jetzt attackiert wird, dann kann man auch nicht ohne Verletzung hier durchkommen. Aber die hinterlassen alle echt überhaupt keine Herzen, nur Rubine. Jetzt habe ich meinen Schwierigkeitsgrad, den ich wollte. Finde ich gut. Dann kommen die Fäden, die ich besitze, auch mal zum Einsatz. Ach, ich muss den anderen Gegner auch umbringen, sonst kommen wir nicht weiter. Ah, der sieht mich. Ich bin jetzt echt ein bisschen beunruhigt. Ich brauche dringend Leben. Eine von euch lebt doch bestimmt. Oder alle sogar. Yeah. Kommt die nächsten. Tschüss. Und mit einer Wirbelattacke sind sie schon besiegt. Ja, ich muss jeder Einzelne töten. Oh, ein Herz. Klasse. Noch mehr davon, bitte. Ah, rückt mir nicht so auf die Pelle, man. Hier. Fackel ab. Ich frage mich zwar, wie eine Statue abfackeln kann, aber ja, gut. Ja, die haben viele Herzen. Dankeschön. Jetzt sieht die Situation doch schon besser aus. Schön, Balkon. Hat die Zelda hier. Aber wir sind nicht gekommen, um die Aussicht vom Balkon aus zu genießen. Wir müssen die Prinzessin retten. Da ist sie ja. Wer seid ihr? Die letzte der sieben Weisen. Wie war ihr Name noch gleich? Impa? Sie gibt ein ziemlich interessantes Bild ab. Impa? Was habt ihr Impa angetan? Nun gibt es nur noch ein Gemälde, nachdem es mich gelöstet. Welch feine Gesichtszüge. Welcher Blick ihr seid würdig, den Platz neben ihr einzunehmen. Habt ihr wirklich die sieben Weisen zusammengeführt, um Ganon wiederzubeleben? Aber diese Haare, ihre Farbe, golden glitzern sie im Licht der Sonne. Nein, das widerspricht meinem ästhetischen Empfinden. Ihr seid also nicht bereit, meinen Worten Gehör zu schenken? Ich muss zugeben, dass ich eure Gesellschaft als langweilig empfinde. Komm, Zelda-Prinzessin von Hyrule. Erlaubt mir, eure Schönheit für die Ewigkeit festzuhalten. Werdet mein jüngstes Meisterwerk. Nein! Scheiße! Ich muss zugeben, es sieht wirklich gut aus. Aber sie muss da wieder raus. Punkt. Hm? Das lasse ich mir nicht bieten. Lass mich in Ruhe und leiste den anderen Schmierereien Gesellschaft. Oh, oh, oh! Tschüssi! Bleib stehen! Du Mistkerl! Ach, da kommen sie schon entgegengestürmt. Ihr seid aber auch schnell unterwegs. Habe ich euch nicht zugetraut. Ach, man dreht sich immer so ein bisschen in dem Spiel. Das nervt. Ich will einfach gerade stehen und meine Pfeile schießen. Man kann aber nicht mit dem Steuerkreuz spielen, sondern muss es mit dem Schiebepit machen und deswegen kann man leicht verrutschen. Okay, folgen wir ihm. Wo will er hin? Und wie viele Stockwerke gibt es überhaupt? Hast du ein Problem? Ich kann nachgucken. Moment. Fünf, sechs, sieben. Ja, noch ein Stückchen. Und natürlich werden wir auf dem Weg von allen möglichen Gegnern attackiert. die auf seiner Seite stehen. Oder besser gesagt auf Ganons. Ja, hat ihnen wahrscheinlich versprochen, ihren Meister wieder zu beleben und deswegen arbeiten sie für ihn. Aber ich finde es echt komisch, weil dieser Yuga sieht ja eh schon so aus wie Ganondorf. Die müssen doch irgendwie in Verbindung stehen. Vielleicht ist er ein Verwandter von ihm oder sowas. Also die Geschichte interessiert mich schon. Oben gibt es auch noch einen Bosskampf. Zumindest ist da so ein Totenkopfzeichen. Vielleicht kämpfen wir nochmal gegen Yuga und können alles nochmal verhindern. Ja, ja, toll, oder? Oh, jetzt hatte ich kurz den Laser und habe ihn wieder verloren. Also der Schwertlaser ist echt sehr effektiv und nützlich, wenn man so eben auch Oh, kacke! aus der Ferne die Gegner attackieren kann. Ohne, dass sie es checken. Ist hier ein Hunderter? Nee, das sah so silber aus, aber es war ein blauer Rubin. Ja, ich nehme alles mit, was ich bekommen kann. Ich werde das Geld noch gebrauchen können. Ich bin jung und brauche das Geld. Stockwerk 6. Gleich sind wir da. Hier kann man sich nochmal heilen. Und hier wird es dann wohl abgehen. Okay. Ich bin sehr aufgeregt. Ein großer Bosskampf wird uns hier wohl erwarten, Leute. Also schaltet unbedingt den nächsten Zelda Link Between Worlds Part ein. Bis dann. Oder auch schon jetzt. Ich habe gedacht, der Part wäre schon länger, aber offenbar habe ich meinen Timer falsch gestellt. Ja, meinetwegen. Dann gibt es den Kampf halt jetzt schon. Es wird wohl ein Kampf gegen Yuga. Um Prinzessin Zelda. Oder das, was von dir übrig ist. Was für ein wunderschönes Kunstwerk. Manchmal erschaudere ich regelrecht vor meiner Begabung. Voll des Selbstlobes, hm? Dich anzusehen ist dagegen eine Qual, die ich gerne vermeiden würde. Äh, gleichfalls. Wie hast du es angestellt, aus meinem Gemälde zu entkommen? Du bist doch nicht so ein Einfallspinsel, wie ich dachte. Aber so gerne ich mich ausführlich darüber unterhalten würde, leider fehlt mir die Zeit. So langsam kann ich dein Gesicht nicht mehr sehen. Jetzt wirst du endgültig zu einem Stillleben. Na warte. Jetzt gibt's Ärger, mein Freund. Ja, ja. Okay, er erstellt Fake-Bilder. Und er macht die Blitz-Attacke, die damals auch Arganim eingesetzt hat. Ihr wisst schon, der Zauberer aus, äh, Link to the Past, der damals auch schon Ganon geholfen hat. Also die Geschichte wiederholt sich mit anderen Charakteren anscheinend. Nur, dass, ähm, Yuga ein wenig erfolgreicher ist. Oh, oh. Er hat seine Aura aufgeladen. Jetzt ist er wohl noch stärker. Ich frage mich nur gerade, kann ich eigentlich irgendwas bewirken, wenn ich in das Bild gehe? Nee. Aber ich kann mich zumindest hinter ihn platzieren. Ah. Ja, man muss immer den richtigen finden. Aua! Boah, kacke. Und natürlich dem Blitzen ausweichen. Alter! Okay, dem... Jetzt kann man den Blitzen, glaube ich, nur noch ausweichen, wenn man ins Bild geht. Er ist... zu stark aktuell. Er hat's drauf. Also so mies kämpft er nicht. Die Musik ist interessant. Da sind sogar Stimmen im Hintergrund. Untypisch für Zelda. Aber er ist schon besiegt. Okay. Naja. Einige Herzen hat er uns abgezogen. Du hältst dich wohl für sehr gerissen. Sobald ich Gannons Macht erlangt habe, werde ich als allererstes dich wie einen Käfer zertreten. Nöööööööööööööööö. Brubine! Bleib stehen! Du ätzender Kerl, ey. Nicht in die Richtung. Da lang, Link. Schnell! Was ist denn das? Okay. Da sind noch ein paar Herzen. Jetzt bin ich komplett geheilt. Oh, das sieht verdächtig aus. Oh, ich glaube, das ist ein Portal nach LORULE. Tatsächlich. Wir sind in der Parallelwelt angekommen. Nur ist es hier... etwas unschöner. Es blitzt. Es ist dunkel. Und es ist düster. Eine Szene. Die Götter müssen dir gewogen sein. Oh, hier sind wir, die Weisen. Was? Hexe Lilly? Und Grie. Stimmt, deswegen ist er weg. Das hätte ich mir auch denken können. Willkommen in meiner Galerie der Schönheit. Und auch die Sura-Königin. Der Titel der heutigen Ausstellung. Die Auferstehung Ganons. Er hat alle sieben Weisen beisammen. Unfassbar. Wenn wir doch bloß vorher gewusst hätten, wer einer der Weisen ist. Wer alle sind. Oh Gott, da kommt er schon. Ganon. Der Großmeister des Bösen. Das ist also das Triforce der Kraft. Wie unvergleichlich schön. Werde eins mit mir. Auf, dass wir uns gemeinsam auf die Suche nach Schönheit begeben. Ja, das habt ihr auch beide nötig. Das ist ein Teufel. Sie fusionieren. Oh mein Gott. Die Szene sieht in 3D auch wieder sehr episch aus. Ganon ist so bedrohlich wie nie. Steh auf. Was ist das? Okay, wer auch immer du bist. Good Job. Sie ist wohl die Parallel-Zelda, die sich Hilda nennt. Tommy, Held von Hyrule. Mein Name ist Hilda. Yoga hat die sieben Weisen benutzt, um der Macht Ganons Herr zu werden. Mit dieser bösartigen Kraft wird Yoga versuchen, die Welt zu unterjochen. Und dazu zählt natürlich auch Hyrule. Über den Rest werden wir später sprechen. Mit meinen Kräften kann ich uns etwas Zeit gewinnen. Ohne sie wären wir jetzt wohl abgekratzt. Triforce ist falsch rum, oder? Nein! Tommi, es kostet mich all meine Kraft, Yoga aufzuhalten. So lange halte ich das nicht durch. Wenn du ihn besiegen willst, musst du als der wahre Held erwachen. Befreie die sieben Weisen aus den Gemälden, damit sie ihre Macht vereinen können. Geh jetzt! Es ist dir bestimmt, der wahre Held zu werden. Tommi! Das heißt, es gibt wohl mindestens zehn Dungeons. Übel. Hä? Wir sind bei unserer Ausbildungsstätte. Frau des Schmieds. Obwohl, nein. Wie es weitergeht, erfahren wir im nächsten Part von Zelda. Link between worlds. Ich sehe schon auf der Karte, alles sieht ein wenig anders aus. Wir sind in Low Rule. Okay. Ich sehe.